Im Sportforum gibt es was Neues? Ja, es gibt was Neues. Im Juli letzten Jahres haben wir das Sportforum übernommen und haben natürlich schon eine ganze Menge umgebaut. Den Fitnessbereich haben wir modernisiert. Auch neue Geräte sind drin von TechnoJump. Wir haben den Saunabereich überarbeitet, komplett modernisiert. Und jetzt, und das ist eigentlich die größte Veränderung, bauen wir an dem Schwimmbad. Heute ist Baustellenparty, Ende Juni wollen wir hier eröffnen. Dann haben wir ein Becken, 20x8 ungefähr, dann haben wir entsprechende Umkleiden, dann haben wir noch einen Anbau, der den Schwimmbadbereich mit dem alten Saunabereich verbindet, den wir inzwischen modernisiert haben. Und dann machen wir als nächsten Bauabschnitt, wenn das Schwimmbad fertig ist, noch einen Saunagab. Sind Schwimmbad und Sauna dann normal für die Öffentlichkeit auch oder für Sportpark-Club-Mitglieder sozusagen? Nein, das ist natürlich zunächst für die Sport-Forum-Mitglieder, ja. Aber auch für das Thema Day-Spa, also Tages-Wellness, ist für uns wichtig. Und man kann also ganz normal eine entsprechende Tageskarte lösen. Viel Erfolg und eine tolle Eröffnung. Danke. Zur Eröffnung sind Sie natürlich schon herzlich eingeladen, im Juni.